So, hallo oder willkommen zurück zum Daily Ranking, heute wieder mit Marvin in der Duocue. Guten Morgen. Genau, am Sonntagmorgen. Es tut mir leid, dass gestern kein Video kam. Mein Provider hat sich am Freitagmittag um ziemlich genau 11.30 Uhr gedacht. Ne, jetzt nicht mehr. Und das hat dann bis gestern, also Samstag 17 Uhr angehalten ungefähr. Und dann hat er gesagt, jetzt geht wieder alles, ohne irgendwelche Vor- und Nachwirkungen. Keine Ahnung, was da los war. So. Du bist diesmal nicht letzter. Unglaublich. Ich weiß gar nicht, wie ich damit zurechtkommen soll. Willst du Support oder Firepower spielen? Oh, ich mach Support. Okay, dann spiel ich Firepower. So. Hoffen wir mal, dass es immer wieder was wird. Der ganze Quatsch hier. Welchen Skin hab ich denn drin? Ah, sehr schön. Und ich hab mir was überlegt für euch, da ich am Creator-Programm bin, auch wenn man das gerade nicht sieht, werde ich jetzt jeden Monat oder jede sozusagen App-Zeitraum, wo ich solche Skins zur Verfügung habe, die gültig sind, ein Video machen, worunter ihr kommentieren könnt. Und am Ende, kurz bevor die ungültig wären, so eine Woche vorher, mache ich eine Volllosung unter den Kommentaren. Aber dazu kommt, wie gesagt, noch ein Video. Weil ich halt nicht regelmäßig streame. Wenn ich regelmäßig streamen würde, würde ich es wahrscheinlich sogar in den Streams raushauen. Du spielst Aurora. Du magst Warheel, du nicht? Nicht mehr? Nee, das ist auch gerade wegen der Quest. Achso, du meinst. Ja, es gibt jetzt diese schönen... Stimmt, ich hab auch noch eine Aurora-Quest. Es gibt die schönen Quests, um diese Special-Skins zu kriegen, momentan. Wo kann man am besten questen? Wenn man ein Rank-Quest macht. Natürlich. Wobei, ich hab sogar... Ich hab eine Firepower, eine Frontliner und eine Support-Quest, also... Ich könnt schon ganz gut in Rank-Questen. Ich hab doppelt Support-Fall-Fall. Ich will diesen Papp-Banner haben, den der Wick hat. Der ist super niedlich. Das will ich ja haben. Kleine Pfötchen. Okay, ja. Kleine Pfötchen und ein springender Pupp. Aha, so. Irgendwie spiel ich immer auf dem Evos-Laboratorius-Gefühl, wenn ich ranke. Die haben wieder mal Celeste, die uns auf den Sack gehen will. Ein Rask und ein Blackburn. Muss man mal schauen. Übrigens hab ich auch rausgefunden, warum mein Windows ab und zu mal das Volumen auf 100 gestellt hat von meinem Mikrofon. Mhm. Was ist der Grund? Counter-Strike war's. Counter-Strike? Okay. Ich hab ja schon den Haken rausgenommen, dass Programme die Kontrolle über das Ding übernehmen können. Counter-Strike hat trotzdem aus irgendeinem Grund die Fähigkeit, das Mixer-Volume aller Mikrofone auf 100 zu stellen, immer wenn es startet. Ist in der Config so standardmäßig eingestellt. Okay. Das war so. Jo. Hab ich auch noch nicht gehört. Hab ich mir auch gedacht. Danke, danke. Ich geh als nächste Runde rein, um meinen Klon zu positionieren. Kommst du nicht weit genug? Nee, darum geht's mir nie. Ich will mich ein bisschen woanders hinstellen, dass es auch meinen Hauptcharakter sozusagen Deckung hat. Und nicht einfach nur am Spawn steht. Für nix sozusagen. Ja, ich hab mich doch gesehen. Deswegen lauf ich jetzt da soweit rein. Nicht wundern. Ich stehe ganz gut. Ich bin mir nicht sicher, ob sie dashen sollte. Naja. Wir haben ja sogar eine goldene L hier. Ist das der Master-Skin oder ist das dieser komische Ich-Besach-User-Euro-Skin? Da laufe ich natürlich durch. Gut, dass ich stehen bleibe. Ja. Wenn dein Ego nicht brüht, dann wird dein Gesicht noch nicht. Oh, immerhin wirst du nicht mehr gescrambelt. Ja, das hab ich mir auch gedacht. Gut, dass ich nicht mehr gescrambelt werde. Ich geb dir, Maid. Ich bin mir nicht sicher, ob das mir nützt, weil wir alle nicht so richtig treffen können. Ich geb dir trotzdem, Maid. Do it. Und der Helio steht immer noch in der Suppe. Das ist sehr schön. Wer ist dein Lieblings-Inventor? Bin mir nicht so richtig sicher, ob das sinnvoll ist. Krabbomb, in die Richtung! Ach so, aber ich bin noch ein bisschen gewekt. Geh auf diesen Kampf. Na gut, dann passt das schon. Ich kriege Wunder, warum ich so wenig Damage mache. Ja, dann hat er sie. Es ist wie ein Licht in einem Schaum. Ach so, die Wand von Helio hat jetzt Weak drauf. Der hat zwar keinen Scramble mehr, aber Weak. Ja. Wo läuft er hin? Läuft er zu mir? Er läuft zu dir. Ich bin nicht amused. Er kommt dann auf der Station, dass er uns beide trifft, wenn wir Pech haben. Oh! De-de-de-de-de-de-de-de-de. Oh! Oh, das ist gut. Ach so, da ist er. Hau der einfach ab. Immer treffe ich ihn nämlich nicht mehr. Voll fies. Okay, er dashed nicht, damit bin ich zumindest sicher vor dem schwarzen Dach. Oh, ich hab den Schild gemacht, alles gut. Oh, dass ich immer noch in der Deckung stehe. Aber, die scheinen sich um mich herum aufzubauen, ich mag das nicht. Mhm. Dummeweise, wenn ich auch so gelaufen ist, dass ich jetzt grad gar nicht drauf schießen kann. Und ich lauf von dir weg. Ich lauf von dir weg, du bist dann ganz alleine. Ich lauf nach oben. Ich lauf oben auf die Heilung. Mhm. Ja, die brauche ich nicht. Ja, die brauche ich nicht. Ja, die haben Bock auf ihren Support, der Magen. Kacke. Oh, du hast die Ende, die du siehst. Kannst du siehst, ich bin beschäftigt? Du hast die Selbstheilung nicht drauf, oder? Doch. Ah, der hat sich in Deckung geworfen. Guck mal, der hat sich in Deckung auf die andere Seite geworfen. Oh, das ist cool. Oh, guck mal. Das ist nicht so cool. Ja, jetzt heißt es selbstheil. Mhm, kann ich die Katze wenigstens wegschubsen? Mhm, mhm. Ich bin bereit für mein Close-Up. Ich ruhig mal, Celeste, für nächste Runde. Oh, der hätte ich vielleicht doch mal draufschießen sollen. Wäre ganz guter Damage gewesen. Habt die Brünnen... ...weak auf ihrem Schild? ...weak auf ihrem Schild? Und schon was ein... ...und nachschauen. Hey! Ja, stimmt. Der Dash macht auch Weak. Das ist ja... Ich bin fast tot. Ja. Warum? Hab ich jetzt nicht gesehen. Das ist natürlich nicht so geil. Hat die die Celeste angegriffen, oder? Ja, sie ist die letzte angegriffen, ja. Die hat mich und ich angegriffen. Das heißt, die kann nicht so weit weg sein. Nee, die muss irgendwie dastehen. Also, die hat die drunter, eigentlich. Ah, ah. Ich muss weg, Celeste, sonst bin ich tot. Aber wohin? Ich hab keinen Platz. Ich hab keinen Platz. Ich hab keinen Platz. Ich hab keinen Platz. Äh, der wüsste. Wobei. Der würde wahrscheinlich nicht hinhauen. Hm. Das ist unwahrscheinlich. Er kommt dann drinnen, sowieso nicht ran. Ich bin stark. Oh. Oh, ja. Ja, ich wär tot gewesen. Sowas von. Du mal weißt, sehen sie sich halt trotzdem gerade, ne? Ja, ich stand genauso, wo ich nirgendwo hinkam. Allmöchig. Allmöchig. Hm. Kannst mal versuchen, ob sie immer noch dort steht. Aber wahrscheinlich nicht. Das wäre ziemlicher Quatsch, wenn sie es tun würde. Ich versuche, mich zu ein- und wegzulaufen. Mach das. Überlebe. Support. Überlebe. Ich hätte vielleicht weiterlaufen müssen. Ich stehe nicht mein Klonkrieg nah bei mir in der nächsten Runde. Das ist ein Kuschka-Konkrieg. Nee, das ist schon natter. Gut, ich hab überlebt. Hm, aber dafür ist der Rest auch ziemlich low gerade. Aber du hast nichts runter Ulti, ne? Wir stehen gut zusammen. Fast. Ja. Kann man sogar bis auf die Heilung. Krieg's sogar hin, beide zu treffen. Gerade so, ey. Meine Fresse. Ich treffe auch alles. Alles, was in Reichweite ist. Die, 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 die. Unsere Brünne hat bis jetzt auch nicht damage gemacht. Oh, die war schicht. Oh, schicht. Brünne ist tot. Ja, die ist tot. Oder, machst du über 20 Heilung? Nee, in der Marmite ist tot. Aber sie können nur ulten, wenn sie ihre Ulte benutzt hat. Ach, du machst. Ja genau, 20 nur. Das hättest du beim ersten noch überlebt, aber. Nein, er könnte sich nicht bewegen. Das ist schon mal sehr gut. Ich habe irgendwie die ganze Zeit keine ausgespielt, weil ich nicht so richtig mochte. Und dann habe ich irgendwie drei Runden ausgespielt, weil ich musste. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich funktioniert das doch ganz gut. Ja. Man muss ein bisschen umdenken mit dem. Ja. Das ist halt mehr Positionierung und im Zweifel halt einfach mal stehen bleiben. Wenn der Klon gut steht. Hiding in plain sight. Hmm. Könnte sein, dass ich ihn trotzdem noch treffe. Weil er halt wirklich direkt vor mir steht und ich greife natürlich mal mit beiden an. Aber vielleicht nicht. Nee, mach ich nicht. Nee, schießt in die falsche Richtung. Da habe ich extra die andere Richtung genommen. Death can't stop me! Hmm. Death can't stop me! Nice. Celeste wird von der Drohne getroffen, von der Elle. Und sie kriegt auch Might. Achso, da oben. Achso, da oben. Ah, da laufe ich nicht hin. Ah, hast doch Pech gehabt. Ah, da laufe ich nicht hin. Ah, hast doch Pech gehabt. Ah, die Händchen dahinter schon so. Das ist irgendwie ein bisschen Quatsch. Das ist nicht nur Guggen, die Sandfahrt. Uh, uh, Double Hit. Nice. Und du bist tot. Die Wall hat nix gemacht, das ist sehr shit. Ja, noch nicht. Also du kannst jetzt auch nicht durch, ne? Das ist ein bisschen das Problem. Ja, und ich komme nirgendwo hin. Ich muss mal da reinlaufen. Ja, die haben eine Celeste. Ich vergaß. Ich vergaß, dass die eine Celeste haben. Hätte ich doch schießen müssen, hätte ich gleich getroffen. Verdammt. Mein Speer pierst es alles. Ich werde dann stark aufhören. Ja, die Might. Ich hätte also nix gebracht, mich dahin zu sterben. Get out of my sight. Schade. Das ist nicht der Ende. Guck, guck. Wir haben doch schon ein bisschen auseinandergenommen. Finster? Ich stehe scheiße. Spray and pray. Spray and pray. Spray and pray. Schade für das alte Razzle-Razzle. Wohl, Kätzchen ist weg, das ist gut. Kätzchen habe ich mich jetzt gerade getötet. Nur Celeste steht neben dir in der nächsten Runde. Wohl, und ich bin außerhalb der Reichweite. Okay, jetzt bin ich tot. Ich habe Arbeit zu tun, ta-ta. Er ist natürlich ein bisschen doof, wie die Leute. 34, 60, ich heil mich um 30, das ist 70. Ich will mich mit dem Alarm greifen. Vielleicht greifen sie mich mit dem Alarm. Wer weiß. Vielleicht sind sie sehr doof. Oder jemand müsste einen Schuss fangen, müsste irgendwie Brünnen versuchen davor zu dashen, aber ich glaube nicht, dass das macht. Okay, er schießt, das heißt, ich überlebe. Ich würde sagen, er macht Black Hole. Ja, wir reichen zwei. Sie hat Mite. Wir haben beide Mite. Das sind sogar beide Mite? Ja, stimmt. Reichen zwei. Oh, ich kann hier spawnen, weil die alle nicht in Sichtweite sind. Das ist sehr schön. Wir sehen dich. Das ist wahrscheinlich, aber ich habe volles Leben. Ja, der Reis ist vorne, der sieht dich. Achso. Reis für Impact. Oh, du magst dieses Überrasch. Wenn du Angst hast, dann geht's. Ich gucke mich für deine Augen. Ja, getroffen. Na. Ich habe es ja hingeschmissen. Wie gesagt, ich heil ja eh noch, von daher scheiß drauf. Wenn sie mir noch Fragen machen. Ja, das Alter reinläuft, irgendwie klar. 5 Geräte leften kann nicht auf mich aufpassen. Ein bisschen Brambley hat nie jemanden gehört. Nop. Warte. Warte. Dagegen. Oh, sehr schön. Na, den nehmen sie gerade schön auseinander. Das war. Schön, kunst du das vor. Schön, kunst du das vor. Die steht halt immer noch tot an der blöden Ecke. Warum hat sie mich bewegt, derzeit? 4 Geräte remaining. Hm. Kann ich nicht treffen irgendwie. Autsch. Ich bin bereit für alles. Drei Turnen links. Ah, das ist nicht gut. Was mache ich jetzt hier? Kann ich ihn weaknen oder mich heilen? Ne, weaknen. Kann ich ihn hinterlegen? Ich versuche Damage zu machen, aber irgendwie läuft es nicht. Ja, weaknen ist glaube ich ganz gut, wenn er eine Weak hat. Ich kann nicht mehr stoppen! Ich bin voll von Überraschungen. Nicht alle meine Talente sind geblieben. Hm. Hm. Schade. Ich bin schon wieder tot. Ich bin schon wieder tot. Und zwei AP hast du noch. Hast recht. Heißt ja, ich kann nochmal ulten. Mit der Might. Kannst nochmal ulten, genau. Two turns remaining, ey. Dann versuche ich einfach nochmal wegzulaufen. Der Might hat viel zu viel Leben. Von meinem Geschmack. Und ich hab zu wenig. Hm. Drei ist ein bisschen... Ist ein bisschen knapp drei. Damage received. Ja. Unser Frontliner hat halt den 2 niedrigsten Damage received. Ist bisschen kacke. Schau! Und wir versuchen mal den ganzen General zu trafen. Der abhaut. Deine Pläne sind in Schmack. Du dumm. Schuhe da, Ray! Ja. Alles ist vorbei geballert. Ja, das ist durch. Eine Runde haben wir noch. Was ist los? Ist egal wo ich spawner. Mastor, ihr kriegt jetzt zwei Kills. Was sieht... Ne. Wahrscheinlich aus. Nie und immer. Die haben ja alle viel zu viel Leben. Deswegen... Es ist egal wo du spawnst. Spawn ich da unten. Nicht was du erwartet hast. Ja, jetzt macht sie das auch noch. Die Ledles. Oh, ich flieg noch mal runter. Genau dahin wo ich sowieso hin wollte. Perfekt. Das ist doch irgendwie schon, wenn man nicht ausweichen kann, die ganze Zeit. Sie haben uns mit unseren Pants runter. Also, weiß ich nicht. Ich habe keine Pants. Was ist deine Ursache? Mein Oster hat gerade gesagt, sie haben uns mit unseren Pants runter. Ich habe keine Pants. Was ist deine Ursache? Mega nice. Oh, ist super. So, jetzt haben wir noch eine Lootbox auf, die wir gerade bekommen haben. Oh, ich habe noch eine Outbloot mal gekriegt. Komm, genau. Und das ist ein Duplicate. Schade. Damit war es das erstmal wieder für das heutige Daily Ranking. Dankeschön fürs Zuschauen und bis morgen.